Der Tag danach. Diesmal haben wir beide einen Kater von dieser schlimmen letzten Folge, glaube ich. Ja, es ist alles nicht so einfach. Ich wohne mittlerweile bei Martin. Der hat mich aufgenommen. Wieso? Wir haben doch extra die letzte Folge rasch, rasch beendet, damit deine Freundin halt nichts zu meckern hat. Ich war, ich glaube, vier Minuten zu spät. Oh, vier Minuten. Vier Minuten. Drei wäre ja noch in Ordnung gewesen. Vier. Nicht so schön. Okay, ich verstehe. Du musst zu Recht gestern auf der Couch schlafen und wir haben keine Couch. Das war nicht schön. Vier Minuten zu spät, dann geht natürlich gar nicht. Nee, da ist der Zug abgefahren. Hilft nichts. Also neue Folge Dark Souls 2. Ach, stimmt. Und alles ist hinüber. Nein, alles ist gut. Alles gut. Ich war nicht böse. Im Spiel ist natürlich alles. Im Spiel ist natürlich alles. Ich freue mich, das ist mir doch völlig wurscht. Das ganze Spiel braucht man eigentlich eh nicht mehr. Weil wir haben die ganzen Seelen verschmissen und weiß ich nicht, was wir sonst noch alles verloren haben. War das Menschlichkeit oder so? Nee, ich glaube, hatten wir gar nicht. Nee. Hatten wir eh nicht. Nee, schau dir mal deine Energieleiste an, dann weißt du, dass wir zuletzt nicht Mensch waren. Stimmt. Das ist ein bisschen anders als bei Dark Souls 1 funktioniert das jetzt mit der Menschlichkeit. Da gibt es doch noch diesen Counter, das gibt es hier gar nicht mehr. Also du meinst deinen Menschlichkeits-Counter oben links quasi. Den gibst du nicht mehr, nein. Okay. Du konntest ja damals auch eine Menschlichkeit am Feuer benutzen. Das musst du jetzt nicht extra. Kannst du on the fly quasi. Quasi, quasi, quasi. Also es ging mir letztes Mal alles schief. Diesmal gehen wir es wieder jetzt geruhsamer an, weil wir jetzt eine Neuaufnahmesession haben und mehr Zeit. Ich glaube, dass du jetzt auch ein bisschen ausgeduter bist und vor allem konzentrierter, weil ich meine, da lässt auch die Konzentration nach. Wobei diese fantastische Stelle gestern, in der du von einem, so sanft wie nur möglich, von einem riesigen Stein überrollt wurdest, das hatte viel Schönes. Das war ja auch noch. Weil das sah halt nicht mal brutal aus, das war einfach so, so, hm. Spiel statt. Jetzt kriegt man gar keine Extrasolen, sage ich schon, Extraselen, wenn man jetzt die so geil von hinten fertig macht, ne? Die Extrasolen, nee, die kriegst du nicht. Ach, wird nicht belohnt hier. Schönes Spiel. Wird nicht belohnt. Ich bin entsetzt. Kämpft man ja von Dark Souls sonst nicht. Ich wollte jetzt mal gleich mal kurz gucken. Au. Entschuldigung. Ich habe mir gerade wehgetan. Du warst auf den Tuschkonten. Richtig, ich wollte das nachstellen. Verdammt. Ich wollte eigentlich auf den Vorsprung springen. Ja, und ich wollte... Du hast natürlich recht, ich bin ausgeruht und hochkonzentriert. Es wird alles besser. Das war ja völlig unnötig jetzt. Und es tut doch in Dark Souls 2 auch alles weh. Da verliert mir doch jetzt wieder 5% maximaler HP. Das ist doch so schnetzend. Du löst dich, du bist ja schon wieder fast bei der Hälfte. Ist die HP-Bar erst ruiniert, kämpft sich völlig ungeniert. So fällt sich. Ja, das auch. Alltägliche Frucht. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe jetzt vor Wut irgendwo oder vor Schreck irgendwo hingegangen. Wie ist das jetzt genau passiert? Was hast du getan? Ich glaube, es lag aber andersrum. Jetzt bin ich recht. Du hast auf den Tisch gehauen und vor Schreck bin ich runtergefahren. War das so? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Ach so, jetzt bin ich schuld. Mein Gott. Boah, ich bin echt stinksauer. Ja, ich schäme mich auch. Obwohl, ich habe bestimmt noch 60%, 50% sind es noch nicht. Da geht einiges. Da geht noch was. Jetzt komm her, du Kackarsch. Ach, da dreht er sich mit. Ein ganz schlauer. Okay, nichts. Na doch ein bisschen. War meine Ausdauer am Ende. Ach, ich wollte mal vergleichen. Wir haben ja schon einige Gegenstände gefunden. Ob manches nicht vielleicht doch mal besser ist, als das, was wir haben. Ja, bitte. Schauen wir mal. Nein, ganz, ganz, gar nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Nee, schon mal nicht. Auch nicht. Das könnte sein. Ein kleines bisschen mehr Rüstung. 68 auf 69. Bisschen schlechter. Was ist das Schlagen, glaube ich? Das Schlagen, Stechen und Stoßen oder so ein Quark sind die nächsten drei. Drücke keinesfalls Select. Ich dachte, ich wollte dir die Chance geben zu glänzen, indem du jetzt hier halt hier... Drücke B. Indem du Bescheid weißt. Schlag, Hieb und Stoß. Ich habe es, glaube ich, korrekt gesagt. Ja, das kann sein. Du hast dich jetzt ganz schön hier zum Affen gemacht, indem du das nicht wusstest. Ich wollte dir... Das war eine Steilvorlage praktisch. Wolltest du? Entschuldige. Ja. Kannst du mal... Du brauchst mich entschuldigen? Nein, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Mensch. Könntest du mal auf den... Aber mehr Balance habe ich dann mit der... Balance? Dann nehme ich das. Geh doch nochmal hin, bitte. Boah, sehe ich dann schiebe ich aus. Mal pass zum Gesicht. Ja, ich gehe nochmal rein. Entschuldigung. Schau mal, das A da unten... Nein, geh nochmal auf die Rüstung und klick Select. Körperliche Abwehr. Attributsbonus. Einfluss der körperlichen Abwehr auf Effektivität der getragten Rüstung. Ja, schau. Guck. Ne? Körperliche Abwehr. Wie wird die... Errechnet, die körperliche Abwehr? Gucken wir gleich nochmal. Geh nochmal auf... Kurz, mach ich sofort. Ich gucke einmal die ganze Ausrüstung einmal durch, wie wir es hinter uns haben. Das ist aber alles nicht besser. Also eigentlich ist nur die Hauptrüstung ein bisschen besser. So. Status. Wo ist denn körperliche Abwehr? Da oben rechts. War nicht bei der... Und wie berechnet die sich? Oder wie wird die erhöht? Wahrscheinlich mit Konstitution auch und so, ne? Da müssen wir mal gucken, ob es dann mittlerweile... Ich glaube, bei Anpassung hat es mittlerweile... Das könnten wir einfach beim nächsten Mal aufländern. Ja, das könnte Anpassung sein, ne? Schauen wir mal. Könnte, muss nicht, kann sein. Ein bisschen was steigt ja bei unterschiedlichen Attributen mit, aber... Muss nicht, oder das Gegner. Du müsstest da gar nicht so stehen bleiben und diese Schläge blocken, weil die dir auch Energie abziehen. Bei deinem Schild, ne? Müsste ich gar nicht, ne? Das ist eigentlich sehr, das wäre sogar ziemlich gut, wenn du es nicht machst. Ich gehe nochmal hoch und heile mich nochmal. Weil hier unnötig Energie verlieren. Was könnte ich? Ich könnte ja ausweichen. Rollen könnte ich, ne? Du könntest ausweichen. Du könntest zuschlagen, bevor er zuschlägt zum Beispiel. Das wäre auch schon mal schön. Ja, aber da ist er gerade aufgestanden. Du hast ihm ja auch alle Möglichkeiten in dieser Welt gelassen. Der hätte jetzt auch eine Flugreise buchen können. Ist ja auch fair. Findest du? Ja, schon. Wir sind aber nicht hier, um fair zu spielen. Mein Gott, Martin. Na gut, dann halt nicht. Wir können auch so guter Bulle, Böser Bulle spielen. Wenn wir abwechselnd da mal irgendwann spielen. Dann bist du der Nette, der die Leute aufstehen lässt. Den wecke ich mir jetzt noch nicht auf. Ich hole das mal auf den anderen. Und ich bin der, der den Dämonen, den Schorf vom Knie reißt. Probieren wir es halt mal. Das ist die richtige Einstellung. So, Herr Heider. Du könntest da auch einfach, wenn der jetzt mit seiner Riesenhalibade immer so weit ausholt, einfach mal so zwei, drei Schrittchen zurück. Seine Bewegungsmuster ausspielen lassen. Und dann, wenn er seinen heftigen Schlag gemacht hat, hin und zack. Du bist ja ein Meister. Ja, im Reden. Das ist ja immer das Gute. Warum ich hier nicht spiele. Das ist auch immer so. Man kann immer schlau daherreden. Ja, natürlich. Da komm ich dir auf. Schlag ihn doch. Ich muss ja sagen, es war ja, bevor du dann grandios gescheitert bist, mehrfach war es ja eine gute Vorstellung mit dem Weißen Ritter. Zum Beispiel. Das schwankt ganz schön. Ja, das ist ja das Problem. Man muss sich auf so ein Level kriegen. Ach, daher stimmt das. Den sammle ich doch erstmal ein. Kannst du, musst du nicht. Das lohnt sich jetzt nicht so fett im Vergleich zu dem, was wir eigentlich vorher verloren haben. Aber mein Gott. Was willst du denn eigentlich wieder machen? Wie, ich locke jetzt erstmal den Typ an. Ach so, okay. Dachte schon, dann bist du hier wieder volles Easy gut runterspringen. Ja. Wie kommt man nur drauf? Warum auch nicht, ne? Eben. So, ich weiß gar nicht mehr, wie gehen jetzt die Spezialgriffe? Zum Beispiel so. Und der andere ging so. Okay. Ah, moin. So. Warum renne ich eigentlich weg? Geht ja auch so. Muss man nicht. Hätten wir auch anders machen können. Egal. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich will nochmal schauen, ob ich den Bogen konnte. Ich konnte ja nur ausrüsten, aber mit weniger Effektivität, weil ich nicht genug Geschicklichkeit habe. Ja, das lohnt mich. Aber kann ich ihn nicht trotzdem, bevor er mich halt dann auf den Sack geht, dass ich ihn dann wegschieße? Ich hab's, also bei den Waffen bist du halt sehr, sehr ungelenk. 65, mein Gott, immerhin. Zwar nicht effektiv, so wie ich es sage, aber... Was hat er da unten bei einem Dings, bei dem Minus 4? Was, Minus 4? Ja, ein Schild ist das, irgendeine Abwehr. Ja, gut. Gucken wir mal kurz, was das genau ist. Dass du halt dann einfach... Haltung. Guck, na gut. Das sieht nicht gut aus. Versuch's doch mal. Ich hab's bei einem Bogen tatsächlich nie versucht, weil mir ist das nie passiert. Ach, du hast keine Pfeile. Okay, da hat sich das auch schon übrigt. Das war dann die Geschichte, liebe Zuschauer, von Bogen. Von Martins Bogen. Der muss jetzt auch wieder nach Hause gehen. Drücke B. Habe ich schon vorher gemacht. Du wirst schneller. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir es jetzt in welche Reihenfolge machen. Ich hab gestern eine grandiose Idee gelesen von einem User, dessen Namen ich leider nicht weiß, weil ich bin, tue mich da immer schwer, mir Namen zu merken. Ich geh jetzt mal kurz hier hoch. Ja, freilich. Da hab ich ein bisschen Ruhe. So, dann kann ich erstmal den hier... Ebenfalls hab ich gestern eine grandiose Idee gelesen von einem Typen... Ja? Von einem User, nicht einem Typen. Von einem User, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, weil ich mit Usernamen immer so... Ja, Buchstabenkombinationen und alles. Ich kenn mich nicht aus. Ebenfalls hat der gesagt, er hätte eine Idee für ein Trinkspiel. Und zwar immer, wenn du entweder stirbst... Ja. Jetzt gibt's halt einen kurzen. Da! Du schreist. Nee, das war meine Idee. Das ist so ein netten Schrei immer. Kann der nicht runterkommen? Vielleicht hat er keinen Bock. Oder ich sage, drücke B. Und ich glaub, da wird bei den ersten Folgen... Weiß ich ihn doch nicht. Könnten auch wir machen. Wird spaßig. Boah, das wär schon... Wenn du da am Anfang ne Folge machst, in der du dann wegen sowas immer nen kurzen Trinkst und du spielst da so drei Tierstatt am Stück... Ich glaub, dann hast du schon ziemlich gut mit Rauschpeinander. Ja, bei Dark Souls durchaus. Ähm, ja, mach einfach. Mir gefällt's nicht, dass ich jetzt hier unterwegs bin, ne? Nee, weil jetzt was passiert. Das ist dir auch völlig egal, was da gerade rumgeflogen ist. So, nimm einen Heiltrank. Nimm einen Heiltrank. Dreh dich bitte um. Ja, klar. Und entlocke... Nein, 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 nein. Ich hör's halt eben aussehen. Das war nicht gut. Martin, das war nicht gut. Da ist jetzt da oben einer. Ja. Und der ist jetzt weg. Und? Weil du nicht auf mich hörst. Und warum ist das schlecht? Weil du den hättest kennenlernen sollen. Und der kommt jetzt nie wieder? Nicht mehr hier. Hm? Der kommt jetzt da nicht mehr, ne? Das hättest du auch vorher sagen können. Ich sag, nimm einen Heiltrank, spring da nicht runter, dreh dich um, dreh dich um, Martin, bitte dreh dich um. Und du sagst, nein, du machst das nicht. Hätte ich dir vorher sagen können, du? Ja, hättest du auch mal... Ich sag, vorher sei noch, geh da nicht hoch. Aber du hast auf diese quengelige Art das gesagt. Nicht so auf diese, ich hab hier wirklich was Wichtiges zu sagen, sondern das ist diese allgemein quengelige Art, die du den ganzen Tag vor dich her trägst. Und schon wird wieder gestritten. Es geht wieder los. Verflucht. Du bist da jetzt auch nur gefrustet, weil du nicht auf mich gehört hast. Eigentlich weißt du nämlich, dass du Scheiße gebaut hast. Ne, es wäre tödlich gewesen. Ja, dann ist es doch besser, dass ich es so gemacht habe. Das wäre ein Lerneffekt. Dann hättest du den Hassen gelernt, den siehst du später nochmal. Aber nicht an dieser Stelle. Vielleicht hätte ich ihn auch besiegt? Ganz ehrlich, vielleicht, ja. Na, es ist möglich, um Gottes Willen, so ist es nicht. Aber das wird ein Spaß. Hüpf doch ins Häusle unter dir. Ja. Vielleicht gesagt Häusle. Komm aus Bayern, sagt man sowas nicht. So, jetzt hätten wir erstmal den noch los hier. Ja. So, gut. Ohne Pfeile. Hüpf. Ja, zu spät. Ich bin noch im Menü gewesen. Menü. So, jetzt mach ich mal kurz, wenn wir... Ich muss mal kurz rumschauen. Das ist keine Leiter, zu denen komme ich nicht her. Dann halt nicht. Jetzt machen wir mal. Jetzt den Kollegen nochmal. Komm jetzt mach. Mach deinen Scheiß. Ach, wir gehen nochmal rennen. Und springen so. Warte, warte. Ui, ja, Glück. Gestern hat es nicht geklappt. Aber dann hörst du einen Pfeil im Kurf. Jetzt ist er weg. Jetzt machen wir mal was anderes. Guck ich kurz nochmal um. Alles so gestern, alles in so einem stressigen Sumpf des Vergessens irgendwie. Ja. Ich kann mich gar nicht rennen, weil es alles so eine... Ach, da geht's hoch. Ha. Weil es so stressig war. Wo ist jetzt hier die lustige Kreuzung? Ach, kommt nicht mehr. Sehr witzig. Dafür kommt so ein komischer... Ja, der wurde gestern auch überrollt, bevor du überrollt wurdest. Stiefel. Ich hätte da so gerne so ein Instant Replay von dieser Überroll-Aktion. Mit irgendeiner Pasta. So spannend war die jetzt ja auch nicht. Ja, aber die war so ungewöhnlich sanft. Das hat mich so editiert. Das war schon ganz schön. Oh, ein Menschenbild. Das nutze ich, glaube ich, irgendwann auch nochmal. Damit man halt hier mal die... Hm. Ich gehe erstmal hier die Leiter hoch da hinten. Welcher Leiter? Die auf die Mauer führt da hinten. Nee, mach das später. Ja? Ja. Okay. Ich hätte nur gedacht, weil da dieser blöde Typ abhängt. Aber dann machen wir erstmal... Gucken wir erst hier. Ich trau mich jetzt überhaupt nicht hier irgendwo. Guck. Der hat Durchfall. Deswegen ist alles hier so braun im Spiel. Durchfall, Toni. Oh, I'm sorry. I was just... Daydreaming, I think. My name is Kale. I am a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Nimm das aber sehr genau mit dem Kartografieren, oder? Der prägt sich ja wirklich jeden Stein ein. Ich glaube schon. Der zählt die Kreatur. Nimm das sehr ernst, mein Gott. Warum kartografie, du fragst? Na, das ist eine gute Frage. Wenn ich zum ersten Mal kam, dieses Forsaken Land, war es... um... um... Er, ein Kurs? Er, etwas über eine Kurs? Wie schrecklich. Ich sehe, dass ich meinen Fokus verloren habe. Aber ich weiß eine Sache für sicherlich. Ich habe immer sehr gefühlt von Maps. Ich kam zu dieser Land ein paar Mal vorhin. Dranglake, der Lost Kingdom. Es war so romantisch. Hast du gesehen Medjula? Oh, da ist ein ganz späßes Mansion da. Ich habe es meine Temporary-Homme. Wie ein Schwatter, ich bin. In der Mansion habe ich eine strange Karte, wie ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass es eine Karte von Dranglake ist. Jetzt bin ich die Land, um es zu prüfen. Ja. Ja, das ist es. Das ist der Grund, warum ich in der Kingdom gekommen bin. Wait, nein. Das war es nicht. Dann was? Ich glaube, ich bin nicht erinnert. Ich bin nicht erinnert. Ich bin das, was sie mit der Halle. Ich habe die Karte gesehen. Sie waren die Brüse. Es ist ein Schöne, nicht wahr? Es ist ein Schöne, nicht wahr? Es ist ein Schöne, nicht wahr? Es ist ein Schöne, wie ein Schöne zu sein. Oh, aber eine Sache. Ich würde nicht tief in die Mansion hineinschauen. Ich kann nicht sicher sein, aber ich habe hörende Geräusche gehört. Es ist ein Schöne. Es ist ein Schöne. Es ist ein Schöne, bitte. Ach, das bestimmt nichts Schlimmes. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum auch? Es gibt keinen Sinn. Das ist so ein Quatsch. Vielleicht werden wir uns wieder treffen und unsere Leisure zu diskutieren. Ja, das machen wir dann. Ich werde zurück, wenn wir... Ich werde zurück, Gut. Dann... Lass ihn noch Steine zählen. Man hat ihn ja den dümmsten Kartografen seiner Generation genannt. Aber dabei ist er einfach nur unglaublich sorgfältig. Unglaublich sorgfältig. Was haben wir hier? Schau. Das ist doch hier für Zaubersprüche und so ein Quark. Oder? Ich könnte jetzt natürlich hier versuchen, immer genau auf diese Pfosten zu hüpfen, um darüber zu kommen. Ich könnte es auch lassen. Das wären dann die nächsten 10 Folgen, in denen ich nicht dabei sein werde. Ich kann es auch einfach lassen. Da ist nichts. So, dann gehen wir jetzt auf die Mauer. Ist das dir genehm? Ja, es ist in meinem Sinne. Okay. Du weißt, wo du jetzt hin musst mit dem Schlüssel? Danach? Ja, der hat er doch gesagt. Hast du aufgepasst? Nach Majuda. Nach Majuda oder wie auch immer das korrekt ausgesprochen wird. Mein Majuda. Naja. Tschüss, du Depp. Hat er noch was liegen lassen? Natürlich nicht. Warum auch? Hätte mich ja nur gefreut. So. Einer schießt ja noch irgendwo mal doof hier rum. Wo ist der Hansel eigentlich? Hast du die jetzt nicht alle? Oder habe ich mir erzählt? Ich bin nicht sicher. Einer hat irgendwie von hier unten noch irgendwo rumgeschossen. Schaust du mal bitte ganz kurz bevor... Achso, ja. Was denn? Schau mal ob hier noch irgendwas liegt. Ich glaube da unten... Ja, schau mal. Da hinten sieht man es doch. Da müssen wir mal hin. Und da müssen wir es auch haben. Ich geh mal hier runter. In dem Bereich. Schauen wir uns mal hier unten um. Wo ich da rüberkomme. Es ist mal die Frage, soll ich dir eigentlich bei sowas dann sagen? Nein, tu es nicht, weil es da nichts gibt außer... Man kann so ein bisschen ergründen, kann man schon. Außer du bist da ein Typ. Nee. Sicherlich runterfalle. Ah! Du magst es heute aber auch mit dem Wasser, ne? Und gestern auch schon. Hat dich eigentlich gestern in dem Gebiet auch niemand gekillt? Du bist ja eigentlich immer nur ins Wasser gefallen, oder? Die Kugel? Das Wasser? Die Kugel, ja stimmt. Also du bist quasi... Die Elemente haben sich gegen mich verschworen. Ja. Wie man die Elemente so kennt. Feuer, Wasser, Wind und Kugel. Ja. Mein Gott. Ja, es sieht nicht möglich aus. Das ist jetzt ärgerlich. Auch für uns und auch für die Zuschauer, für jeden praktisch. Ja, ich... Man muss jetzt nochmal dahin, jetzt noch die Leute hauen, dann da oben ist alles irgendwie... Du müsstest ja eigentlich jetzt nur nach unten irgendwie. Ja, aber... Aber ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so leicht, wenn da mehrere Fallende sind. Ja, genau. Das ist natürlich... Der Kack ist das. Wahrlich nicht schön, ne. Nee. Jetzt komm her. Ja, komm. Und da musst du so ein bisschen so den Abstand einschätzen lernen, dann musst du nicht so weit weg. Dann kannst du gleich wieder rein. Nein. Das ist aber noch schlecht reden, nachdem ich das hier ganz super ran gemacht habe. Nein, 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 nein. Ich sag ja... Du musst doch nicht fein halten. Das ist so ein vergiftetes Lob, nennt man das. Nein. Vergiftetes Lob. Ja. Das hast du ganz schön gut gemacht für einen Anfänger. Also jemand, der es besser könnte, wäre jetzt noch... Ich hätte es noch schneller machen können. Aber jetzt dafür, dass du das gar nicht so drauf hast, war das gar nicht so schlecht. Was du da alles reininterpretierst? Ich möchte dir nur hilfreiche Tipps geben. Au! Au! Siehst du? Kleine Sünden und so, ne? Das ist, weil mich das jetzt so beschäftigt, dass du mich hier so niedermachst. Da kann ich gar nicht mehr richtig spielen. Ich spiele schon wieder einen Scheiß zusammen. Unglaublich. Warum fährt der nicht ins Wasser? Der ist zu schlau dafür. Dass diese Zombies schlauer sind als ich, ist ja doch ein bisschen beschämend. Du könntest doch jetzt die aber alle da hinlocken, dann hüpfst du da oben aufs Häuserdach und schaust, wie du da drunter kommst. Naja, das wird ihm wieder nix. Musst du nicht mal anvisieren. So geil schon. Ah! Kommt der näher? Vielleicht. Von da, wo der andere herkam. Mich fasziniert deine Schnalle dahinten. Aus der Hölle? Welche? Die so schön rumwackelt, direkt am Rücken. Dann erweitert das Rückenmark quasi. Dann erweitert die Hirbelsäule. Das ist eine Schnalle, die ja auf der linken Arsch backere. Direkt am Rücken, ja. Siehst du es? Dieses Ding, das da so rumwirbelt. So zwischen den Schultern, unterhalb der Schulterblätter da ist. Also quasi direkt in der Mitte. Ja, ja. Schön, ne? Ich find's schön. Das ist auch was, dass ich mich nicht verhake damit und dann irgendwo hängen bleibe. Kann dir bei Dark Souls auch passieren. Wahrscheinlich. Du meinst jetzt hier in diese Putze da? Ja, oder darüber gleich wieder. Wie vorhin. Das ist natürlich auch ne Möglichkeit. Ach ja. Ach ja. Oh Gott, du machst mich alle. Da liegt ja noch was. Ich vergaß. Aber ich würde es... Stopp, da soll ich nicht hingucken. Blödes Armin. Ja, du würdest? Ich muss ja doch da runter. Ich überlege jetzt grad drüber. Ja, hier. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ja, genau. Schau mal. Jawohl. Vorsicht, Gegner von rechts. Den kannst du gleich reinstellen. Zack. Bumm. Fertig. Äh, Heiltrank. Schnell. Ja. So. Gucken wir uns hier mal um. Da könnte man da irgendwie runterstiefeln. Aber wir wollen ja hier rüber. Ich bin nämlich auch nicht sicher. Verzeihung, wenn ich dir schmarrie erzählt habe. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube trotzdem, wir können da runter, oder? Also wenn wir jetzt mal rechts lassen. Ja, aber jetzt hier so. Ah, schau. Ja. Hab ich nicht gesehen, dass du da... Cool. Das ist zum Aufwerten von Waffen und so, ne? Mhm. Aber hier kommen wir noch nicht rein. Nein. Schade. Das heißt, von der anderen Seite kommt man irgendwie auch nochmal dahin. Kann man das dann aufmachen? Das sieht ein bisschen versteinert aus. Nicht so, sonst könnte man das geil hochheben. Naja. So, jetzt holen wir uns da hinten einfach noch, äh... Unsere Seelen wieder. Mühsam erarbeitet haben. Mhm. Wann jetzt auch schon irgendwie 1600 irgendwas, oder? Den kannst du ein bisschen anlocken, indem du näher zu ihm hingest. Ja. Weil dann lässt er seinen Bogen gerne mal fallen. Oder steckt ihn weg. Oder schießt auf dich. Dann schießt der andere aber auch mit. Der will auch mitspielen. Deine Aftung zu hin und rüber. Dann kriegst du doch hin, oder? Naja, letztes Mal. Ich darf bloß nicht so schräg hauen, dass ich dann... Dass ich dann mit in den Abgrund folge, wie das letzte Mal. Das war eigentlich ein ganz schöner Scheiß. Das Positive an diesen verlorenen Seelen ist, dass du die wirklich im Vorbeilaufen holen kannst. Im Gegensatz zu den anderen Sachen, wo du ja erst die Gegenstände aufheben musst. Das verlangsamt dich also nicht. Alles gut. Finde ich ganz praktisch. Ja, das ist ja auch mal... Die liegen ja auch öfter mal an unangenehmen Stellen. Oh ja. Von daher ist das mal ganz nett. Dann verpissen wir uns jetzt einfach hier, würde ich sagen. So. Dann haben wir wahnsinnig viel erreicht in dieser Folge. Naja, ganz so schlecht war es auch nicht. Wir haben da hinten jetzt aufgeräumt. Da müssen wir nicht mehr hin. Genau. Wir haben jetzt... Das Gebiet abgeklärt quasi. Das Gebiet abgeklärt. Wir haben jetzt den Schlüssel für die Villa. Ich denke, da haben wir auch schon eine Mission für die nächste Folge, oder? Das hört sich auch gut an. Das finde ich, das ist das nächste Kapitel. Die Villa. Die Villa. Geil. Was wird in der Villa passieren? Also, in der nächsten Folge reisen wir hier nach Majula zurück. Wie spricht ihr das aus? Was sagt der Experte? Ich sag Majula. Dann sage ich auch Majula. Cool. Also wir reisen nach Majula und gucken uns die Villa an. Bis dann. Tschüüü.